Hallo, ich begrüße euch recht herzlich zu einem Wetter.net-Spezial. Ja, in den kommenden Tagen gibt es Schnee, aber nicht bei uns, sondern im östlichen Mittelmeerraum. Da gibt es den Wintereinbruch. Selbst in Griechenland können die Flocken bis in mittlere oder tiefere Lagen fallen. Dagegen setzt sich bei uns der Turbo-Frühling weiter fort. Nächste Woche sind sogar Temperaturen von über 20 Grad möglich. Ja, wie kann das gehen? Schauen wir uns mal die Großwetterlagenkarte von diesem Samstag etwas genauer an. Mit den Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Ja, und dann sehen wir hier bei Osteuropa, da ist so ein Kältebatzen. Und dieser Kältebatzen, der stößt am Wochenende bis in den östlichen Mittelmeerraum vor. Und der kann dann selbst in Griechenland auch mal bis in tiefere Lagen einzelne Schneeflocken bringen. In Athen erwarten wir diesen Sonntag gerade mal Temperaturen um 4 bis 6 Grad. Zum Vergleich, bei uns in Deutschland werden Temperaturen bis zu 16 Grad erwartet. Ja, und bei uns wird es so warm, weil zugleich hier aus Südwesteuropa sehr warme Luft zu uns strömt. Und die treibt die Temperaturen nach oben. Und nächste Woche sind deswegen bei uns sogar Temperaturen über 20 Grad möglich. Doch zurück nach Griechenland. Schauen wir uns mal die möglichen Schneehöhen am Sonntagmorgen an. Und das ist schon sehr beeindruckend. Vor allen Dingen in höheren Lagen teilweise 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee. Aber hier und da kann es auch mal bis in tiefere Lagen Schneeflocken geben. Ja, das ist schon ein bisschen seltsam. Quasi Winterwetter im östlichen Mittelmeerraum und zugleich bei uns in Deutschland Vollfrühling und das beides im Februar. Ja, und das Wetter für euren Ort, das gibt es natürlich wie immer unter www.wetter.net. Tschüss, bis bald.